Jetzt sind wir schon bei den Differenzialdiagnosen angelangt, bei der Challenge. Das ist so richtig die Königsdisziplin im Bereich Heilpraktiker für Psychotherapie. Du musst alle unterschiedlichen Krankheiten im Blick haben, die Symptome im Blick haben und wie kriegst du diese Informationen systematisch sinnvoll zusammengebracht. Schau dir jetzt das kostenlose Video an mit wertvollen Tipps dazu. Hol dir die Fragenkombinationen, dass aus diesem Riesengebiet wirklich nur die wichtigsten Fragen in kleinen Prüfungen zusammengefasst sind, dass du richtig systematisch trainieren kannst und komm vorbei, wenn wir am Freitag die schwierigsten Fragen zu diesem Thema systematisch bearbeiten und lernen, wie man damit umgeht. Und sicher dir vielleicht noch zusätzlich, wenn du noch mehr Wissen brauchst und vor allem dein Wissen noch genauer schärfen willst, deinen Platz im Intensivtraining. Montagabend oder Mittwochvormittag gibt es die Möglichkeit, auch nur zu diesem Thema erstmal teilzunehmen, nur für 95 Euro und du hast alles dabei, Aufzeichnungen, Mindmaps und so richtig die Sicherheit, diese Themen voll im Griff zu haben. Ich freue mich auf dich, wünsche dir alles Gute und drück dir die Daumen für die Prüfung.